Ich habe hier eine Simulation zum elektrischen Feld und kann auf den Knopf drücken und eine positive Ladung setzen. Auf den Knopf drücken und eine negative Ladung oder über Feldlinien sehe ich dann die Linien. Was ein bisschen fehlt, ist noch die Richtung. Also es geht immer von, die Pfeile zeigen immer von Plus nach Minus. Und auch dieses Potenzial gefällt mir gut und dann stellt man sich das wie so einen Schlittenhang vor. Also wer hier sitzt mit seinem Schlitten, der rutscht dann runter von Plus nach Minus. Das gilt immer also für eine mini positive Probeladung. Die würde immer von Plus nach Minus laufen und zwar so entlang des Hanges. Wenn er hier ist, dann rutscht er in die andere Richtung. Dann schafft es vielleicht auch riesige Umwege irgendwann doch zum Minus, aber dauert ein bisschen. Und ich kann natürlich jetzt auch mehrere positive Ladungen setzen. So, ich kann versuchen so einen größeren Schlittenhang zu bauen. Genau, und gleich kommt dann das Magnetfeld. Aber erst muss ich noch Spaß haben am Schlittenhang bauen. Potenzial 3D. Ja, jetzt kann man schon runterrutschen. So, Magnetfeld, andere Simulation. Wenn ich hier so an dem Kompass drehe, erzeuge ich jedes Mal eine Feldlinie. Und das Schöne ist, man sieht den Unterschied zwischen elektrischem und magnetischem Feld. Ich habe in dem Fall, wenn ich hier so diesen Magnet habe, immer geschlossene Schleifen. So, und wenn hier Nord ist und da Süd ist, dann habe ich auch wieder Richtungen, immer von Nord nach Süd. Und genau, also während das elektrische Feld von Plus nach Minus läuft, Quelle senke, ist das Magnetfeld, auch wenn es riesig ist, immer eine geschlossene Schleife. Okay. Genau, und ja, was man vielleicht noch sieht, ist, da wo ich viele Feldlinien habe, da ist ein starkes Feld. Und da wo wenig los ist, ein schwaches Feld. Das ist das Gleiche auch hier bei, da haben wir es, genau. Also da habe ich jetzt so viele, hier sind die Linien, Feldlinien, genau. Da, wo viele Linien sind, da ist es steil. Und da, wo wenig Linien sind, da ist es flach. Macht Spaß. Ich tue alles, unten in den Kommentaren sind die Links also selber.